Ist es ein harter Job mit Arbeiten am Wochenende und nachts? Hallihallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die heutige Frage ist, ist es ein harter Job mit Arbeiten am Wochenende und nachts? Das kann ich nur einfach mit einem klaren Ja beantworten. Das Ganze funktioniert auch nur, wenn man wirklich für diesen Job rennt, wenn man diesen Job liebt. Und vor allen Dingen, wenn das private Umfeld einem auch unterstützt. Wenn man eine Partnerschaft hat, wo es ständig Stress gibt, weil man nicht zu Hause ist, weil man viel unterwegs ist, dann funktioniert das Ganze einfach nicht. Von dem her ein klipp und klares Ja, es ist ein harter Job. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich über eure weiteren Fragen. Ich freue mich, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt. Bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Bernd.